Es gibt Personen in der Weltgeschichte, die haben mit ihren Erfindungen die Menschheit nach vorne gebracht, in unglaublicher Geschwindigkeit. Und solch eine Person der Geschichte steht nun draußen, die alle Jahre wieder in seiner Vaterstadt an Fasenacht in Erscheinung tritt. Empfangen Sie Guti Gutenberg! Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, sage ich immer am Anfang zu Ihnen. Ich freue mich, dass Sie mich so nicht aufgenommen haben. Schön, dass wir uns nach einem Jahr gesund wiedersehen. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Was ist denn das? Auch eine Wurst, ich bitte Sie. Das ist eine echte Mensa-Fleischwurst. Und das ist noch mehr, meine Damen und Herren. Das ist meine Antwort auf den Veggie-Day der Grünen. Können Sie sich noch erinnern, können Sie sich noch erinnern, Veggie-Day, der fleischlose Tag. Der... Veggie-Day, der fleischlose Tag, der größte Wahlkampfsschlager aller Zeiten. Wie hieß es bei den Grünen? Wir müssen umdenken, wir müssen weg vom Fleisch, hin zur vegetarischen Gesellschaft. Vegetarische Ernährung hat die Menschheit geprägt. Schon bei den Steinzeit-Jägern gab es Vegetarier. Ja, das war die, die nichts gefangen haben. In März gibt es deswegen, in Mainz gibt es deswegen seit letztem Sommer sogar die vegetarische Selbsthilfegruppe, die Spinatwachteln. Lauter relativ derre Dame zwischen 40 und 50, mit Doppelname. Es sind nicht alles Lehrerinnen. Diese Spinatwachteln sind sogar Veganer. Also richtig eingefleischte Vegetarier. Die leben ganz verständlich gesund. Die essen nicht nur kein Fleisch, die trinken auch kein Milch, essen kein Eier, kein Käse, kein Honig, noch nicht mal Fleischtomaten. Schon gar kein Blutorange. Da gibt es eine Woche lang bei Vollmond geerntete Hirse mit Dinkelgrütze. Oder eine Woche lang in selbstgeflochtenen Weidenkörben gesammeltes Fallobst. Da hast du eine Woche lang Verstopfung und die andere Woche die Scheißerei. Aber im Durchschnitt eine geregelte Verdauung. Aber ich bin ja lernfähig, auch ich werde einmal Veganer. Aber erst dann, wenn ich ins Gras beiße. So, meine Damen und Herren, jetzt muss ich was ganz Wichtiges machen. Was meinen Sie, was ich hier mache? Ich wickle die FDP ab. FDP. Ältere werden sich noch erinnern. Na ja, die hat hier wirklich Pech bei der letzten Bundestagswahl. 4,8 Prozent. Mit 4,8 Prozent knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Zu D-Mark-Zeit wären das noch 9,6 gewesen. Hier ist er. Guido Westerweif. Er war ja ein prima Minister. Also, wenn er Freunde hätte, könnten die das bestätigen. Und hier Dirk Nibel, unser fliegender Deppisch. Er hat mir immer Spaß gemacht. Er war ja ein hochbegabter Politiker. Ich hab letztes Jahr noch gesagt, der Nibel ist was ganz Besonderes. Der Nibel, der ist die Stradivari unter den Arschgeigen. Fort ist er. Fort ist er. Und die Frau Leuthäuser ist fort. Und die Frau Schnarrenberger auch. Und hier. Fipsi Rösler, unser Schnutsche. Der Laternenfall der FDP. Jeder durfte Mordraupinkele. Aber ich hab gehört, der Rösler wäre jetzt in der Schweiz. Wundert mich nicht, dass der jetzt die Grenze dicht machen wolle. Um den tut es mir ja wirklich leid. Unser aller Brüderle. Der Mensch gewordene Seniorenteller. Ein großer Verlust. Ich fand den Brüderle immer Oberaffen-Titten geil. Aber er ist Gott sei Dank wieder unter. Er ist jetzt in der Modebranche. Dort macht er Werbung für die Dirndl-Kollektion Rainerle. Aber, meine Damen und Herren, die neue Generation der Liberalen steht schon bereit. Jetzt kommt der neue Hoffnungsträger, Christian Lindner, genannt Bambi. Er guckt ein bisschen wie ein Nachwuchs-Callboy vor seinem ersten Hausbesuch. Und der soll ja der neue Genscher werden. Doch fragt man sich doch, mit den Ohren. Der Genscher, der hatte noch Ohren. Damit ist er jahrelang um die Welt geflogen. Trotzdem, die FDP hört natürlich nicht auf und wird bei den nächsten Wahlen wieder antreten mit diesem Wahlplakat. Aber noch bin ich nicht ganz fertig. Hier ganz neu auf meiner Rolle. Alice. Who the fuck is Alice? Alice Schwarzer, das Maschinengewehr der Emanzen. Sie hatte Schwarzgeld in der Schweiz gebunkert und sich an ihrem eigenen Heiligenschein die Ohren verbrannt. Und jetzt fragen Sie natürlich, was hat denn die mit der FDP-Seite tun? Kann ich Ihnen sagen? Nichts. Aber ich glaube, sie verdient es, mit abgewickelt zu werden. Aber nicht nur die Alice hatte Pech, auch andere Zeitgenossen plumpsten im letzten Jahr mit großem Getöse vom Sockel. Können Sie sich noch an den 19. April 2013 erinnern? Das war der letzte Tag, an dem man Uli Hoeneß noch für einen anständigen Menschen hielt. Denn einen Tag später kam der Staatsanwalt zum Steuermann des FC Bayern München und stellte fest, dem Hoeneß sei Steuererklärung, hatte der ADAC gemacht. Und so wurde aus der Mutter Teresa des FC Bayern der Zumbinkel von der Isar. Was meinen Sie, wie geht der Prozess aus? Ende März, wenn man es wisse. Ich vermute, man erarbeitet einen sehr komplizierten Deal mit dem Staatsanwalt. Statt Hoeneß geht Rummenig in de Knast. Der muss dort Uhren reparieren. Beckenbauer zahlt in Zukunft seine Steuern in Deutschland. Und der FC Bayern steigt zwangsweise in die zweite Liga ab. Das wäre doch die nächste Saison. Bayern München in der zweiten Liga zusammen mit der Eintracht aus Frankfurt. Und dem FC Kaiserslautern. Also ich habe vorhin mit dem Jürgen Klopp telefoniert, der hat nichts zu griechen. Aber jetzt war genug mit schmuddeligen Steuerhinterziehern. Gehen wir mal nach Berlin. Da hat sich ja seit September einiges geändert, nach einem fantastischen Wahlkampf. Abhörskandal? Haben Sie doch mal was gehört im Wahlkampf? Nix. Wir lassen uns von den Vereinigten Stasi von Amerika seit Jahren flächendeckend abhören. Und es interessierte keinen. Das Einzige, was die Deutschen interessierte, war der Stinkefinger vom Steinbrück und die Halskette von der Merkel. Tja, wir haben die Freiheit zu verblöden und wir nutzen sie auch. Aber kaum war die Wahl rum, was ist passiert? Nix. Wir hatten fast drei Monate lang keine neue Regierung und schönste war, keine Sau hat's gemerkt. Erst dann, drei Tage vor Weihnachten, haben sie am Regierungsadventkalender alle Türcher gleichzeitig aufgemacht und alle neue Regierungsnase haben uns gleichzeitig angeguckt. Angela Merkel wurde Kanzlerin. War natürlich eine Riesenüberraschung. Nur der SPD war klar geworden, Merkel kann man nicht abwählen, Merkel muss man überleben. Obwohl, es ging ja in der letzten Wochen nicht so gut, welchen dem Unfall, den sie hatte. Wie sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, also ihr Sprechknecht, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wurde während ihrer Freizeitgestaltung nach einer seitlichen Torosionsbewegung am Beckenboden mit einem harten Untergrund konfrontiert. Wenn er gesagt hat, die Merkel ist beim Skifahren, krieg ich auf der Arsch, g'falle, hätt's jeder verstanden. Und jetzt ist rausgekommen, wie das wirklich passiert ist. Ein Leibwächter hat gequatscht. Also, die Merkel hatte heimlich für Sochi trainiert. Und dabei ist sie ganz langsam skilanggelau. Ganz langsam. Und wahrscheinlich war nicht gestreut. Und Batsch, hat sie doch gelegen. Es wäre nichts passiert. Aber von hinten kam der Peter Altmaier auf dem Snowboard und der hat sie platt gemacht. Wenn er sich das Bild nicht vorstellt, ist er eigentlich noch gute Beibegkommen. Aber gucken wir mal in Berlin die Regierungsmannschaft weiter an. Arbeitsministerin wurde Andrea Nahles, die Krawalschachtel aus der Eifel, die Rosa Luxemburg der freilaufenden Hühner. Gott sei Dank hat sie ihren Amtseid nicht gesungen. Und der liebe Sigmar Gabriel ist jetzt zuständig für Wirtschaft und alternative Energien. Na ja, er konnte immer schon gut Wind machen. Den haben sie auf der ersten Pressekonferenz gleich schwer geeiert. Die Bild-Zeitung hat gefragt, Herr Gabriel, können Sie unseren Lesern verraten, wie viele Kilo sie momentan auf die Waage bringen? Oh, da war der stinkig. Lass uns den Quatsch, lass uns den Quatsch, lass uns den Quatsch. Da hat der von der Bild-Zeitung gesagt, bitte, Herr Gabriel, wenigstens die ersten beiden Zahlen. Die größte Sensation war aber Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin. Man kann jetzt wirklich sagen, die Bundeswehr ist eine Laientruppe. Über die arme Ursula wurde aber viel Häme ausgekippt. Die kann kein U-Boot vom Panzer unterscheiden. Die war noch nie Soldat. Na und, was hatten wir schon für Peife als Verteidigungsminister? Können Sie sich noch erinnern? Rudolf Scharping. Der größte Larmarsch aller Zeit. Spritzig wie ein Eimer Sirup. Bis die Erne Ehrenformationen abgeschnitten haben, sind hinten die Ersten an Altersschwäche gestorben. Wenn der durch den Wald gelaufen ist, ist ihm das Efeu die Beine hochgewachsen. Mit solchen Typen kann unser Ursula von der Leyen locker mithalten. Und die psychologische Kriegsführung beherrscht sie auch schon. Haben Sie gesehen? Diese kleine blonde zierliche Frau war kurz vor Weihnachten am Hindukusch. Der Taliban ist vor Schreck der Turban geplatzt. Und dann hat diese kleine blonde zierliche Frau mit den Soldaten und Soldatinnen Plätzchen gegessen. Selbstgemachte Plätzchen gegessen und Christstollen in den Kaffee getunkt. Und ein alter Feldwebel sprach mit Tränen in den Augen. Seit meinem sechsten Lebensjahr glaube ich nicht mehr ans Christkind. Und jetzt kommt es persönlich mit dem Hubschrauber. Persönlich. Ich glaube, ich habe jetzt alle Spitzenpolitiker der Großen Koalition durch. Wenn ich vergessen habe, sollte jemanden zu beleidigen. Tut mir leid, es waren für Sie. Aber eigentlich bin ich ja ganz froh, dass wir Sie haben, unsere Politiker. Denn ohne Politiker funktioniert eine Demokratie nicht. Und da dürfen wir uns ja eigentlich nicht so beschweren. Gucken Sie sich mal um in Europa. Stellen Sie sich mal vor, wer hätte so Figuren wie die Russe, den schwer erziehbaren Wladimir Putin. Oder die Italiener, diesen altersgeilen Berlusconi. Oder die Franzose, ihren François Hollande. Geschriebe Holland. Wie kann man als Franzos Holland heißen? Jedenfalls hat der sich schon Bolze erlaubt. Haben Sie gelesen? Der französe Staatspräsident François Hollande fuhr heimlich mit einem knatternden Moppet zu seiner Geliebten. Umgekehrt wäre es, glaube ich, richtiger gewesen. François Hollande fuhr heimlich mit einem Moppet zu seiner Geliebten zum Knattern. Und lässt sich dabei verwischen. Das Rindvieh. Eins kann ich Ihnen sagen. Der Merkel wird das nie passieren. Die Merkel kann nämlich kein Moppet fahren. Aber, meine Damen und Herren, kommen wir doch zu den positiven Entwicklungen auf der Welt. Die gibt es nämlich auch, ja, in Rom, in der Kirche, im Vatikan. Wir sind nicht mehr Papst. Nein, der 16. Benedikt ist lebend aus dem Amt geschieden und hat seinen Mädchennamen wieder angenommen. Und es kam Papst Franziskus mit Tugenden wie Bescheidenheit, Demut und Genügsamkeit. Bescheidenheit also mit Dingen, die im Vatikan nur noch in Spurenelementen vorhanden waren. Bescheidenheit, ja. Dieser Papst fährt in Rom sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann kommt der Kontrollär in den Bus und fragt, Habemus, Fahrschein? Und dann lächelt der Papst und sagt, Habemus, Monatskarte. Aber dieses zarte Pflänzchen der kirchlichen Bescheidenheit wurde je zerstört. Durch Käse aus Limburg. Durch Franz Peter Tipperts van Elst. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, mit dem Daggerhals und den abstehenden Ohren, habe ich gedacht, den kennst du doch, den kennst du doch? Genau, Herr der Ringe, Gollum. Und dieser Franz Peter Gollum, der Badst van Elst, dachte sich, ich werde etwas Ewiges schaffen, ich werde bauen. Aber nicht so, wie ich aussehe, nein. Ich baue groß, ich baue schön, ich baue teuer. Ich brauche eine vollklimatisierte Reliquienwand. Eine große Badewanne mit Whirlpool und integriert im ewigem Licht. Eine stufenlos regulierbare Weihwasserdusche. Und einen freischwebenden Adventskranz. Denn ich bin Teppertz der Erste und Gott ist der Zweite. Meine Damen und Herren, ich glaube, auf solche Ideen kommt man nur dann, wenn man keinen Sex haben darf. Und so geht Teppertz in die Geschichte ein, als der Erste Bischof, der es in Rom bei zwei Päpsten gleichzeitig verschissen hat. Aber nun muss unbedingt die Frage beantwortet werden, wer übernimmt das Bistum Limburg? Ich hätte eine Lösung. Der Mainzer Obermestiner Andreas Schmidt. Applaus Der kennt sich in der Kirsch aus. Der ist populär und er ist der Einzige, der die große Badewanne auch voll ausfüllen kann. Er, meine Damen und Herren, man soll gehen, wenn es am schlimmsten ist. Wenn ich jemanden in seinen Gefühlen verletzt haben sollte, hoffe ich trotzdem, dass wir Freunde bleiben. Denn Freundschaften sind ganz wichtig. Und man kann sie leicht zerstören, wie erst kürzlich geschehen. Da sitzen zwei alte Freunde in Menz, in der Kneipe, an der Theke, und da sagt der eine, Ach, ich muss, wenn ich deiner Frau ein Kind mache, sind wir dann verwandt. Da seht der andere, nee, quitt. So, und an dieser Stelle höre ich auf und steige wie immer auf meinen Sockel rauf. Weil ich halt den Denkmal bin, stelle ich mich auch wieder hier ganz gemütlich hin. Ich will sie an etwa an der Stere, meine Damen und Herren. Habt mich sehr gefreut. War mir wie immer eine Ehre. War mir wie immer eine Ehre. Die Hohe Kunst des politischen Vortrags der Brosa-Rede, wunderbar interpretiert von Hans-Peter Betz. Liebe Hans-Peter, dir gilt es mehrfach Dank zu sagen. Jahrelang warst du hier Sitzungspräsident, hast dein Publikum begeistert, findest immer noch Zeit für deinen grandiosen Vortrag. Du bist gnadenlos. Du hast angedroht, dass du mit deinem 60. Lebensjahr vollendet hast, keinen Sitzungspräsident mehr machst. Diese Drohung hast du wahrgemacht. Du hast uns weiterhin angedroht, dass du in drei Jahren keinen Vortrag mehr hältst. Ich hoffe, du überlegst es dir. Es wäre ein großer Verlust, wenn die Mainzer fassen darf. Hans-Peter Betz. Hans-Peter Betz. Du warst Sitzungspräsident beim GCV. Du bist der datische Programmmacher. Du bist einer derjenigen Mainzer, der jungen Narren die Möglichkeit gibt, aufzutreten und den Nachwuchs verdienst. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können. Recht herzlichen Dank mit einem dreifach dankbarer Donenten. Hello! 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 Vielen Dank. Danke. 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 Danke.